Hallo zusammen, ich bin Jonas und bin im dritten Lehrjahr als Strassenbauer bei der Firma Stutz. Ich nehme euch heute mit in meinem Berufsalltag. Wir verlegen alle Leitungen, die unter der Strasse sind. Dazu gehören Kanal-, Strom- und Wasserleitungen. Wir bauen aber auch an der Oberfläche. Dazu gehören das Versetzen von Randstein und das Asphaltieren. Bei der Firma Stutz hast du ein super Team um dich und wirst während der Lehrzeit immer unterstützt. Die Fähigkeiten, die du für den Strassenbau mitbringen sollst, du hast ein handwerkliches Chic, ein gutes Vorstellungsvermögen und du schaffst gerne von aussen. Ich habe mich für die Firma Stutz entschieden, weil hier nach der Lehrzeit gute Weiterbildungsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt werden. Ich finde es cool, dass man am Abend sieht, was man gemacht hat und am Ende der Baustelle stolz sein kann, was man als Team geleistet hat. Wenn ich dieses Interesse geweckt habe, dann bewerbe ich heute noch bei der Firma Stutz für eine Schnupperlehr. Bis zum nächsten Mal.